willkommen zurück zu diesem neuen video heute ein ganz spezielles video ich bin so gehört leute denn es ist einfach krass euch das anzukündigen morgen morgen um 18 oder 17 uhr wird das server released also wieder kommen das update ist da beim update kommen so geile sachen zusammen es wird ein 90 bild geben in der 1.14 der name wird geändert es gibt ein forum es das darf ich gar nicht sagen das wird morgen eine riesen überraschung ich hoffe ganz viel von euch wenn euch dabei freuen hannah weiß glaube schon was geht mehr wissen so nicht es wird es wird alles überarbeitet es ist so krass leute morgen 17 uhr 18 uhr geht es los auf meinem youtube kanal wird gestreamt kommt dann auf jeden fall vorbei es wird wie gesagt ein neues update geben bei city bild also alle systeme wurden überarbeitet bei city bild es wird ein 1 und 14 city begeben der name wird geändert es gibt eine neue lobby es gibt ein sporn es gibt ein forum es gibt ein discord wo jetzt eingestellt ist es gibt wirklich alles was man braucht ich freue mich richtig darauf und ich kann nur dankes sagen an alle team wieder die da was dabei geholfen haben die was dabei gemacht haben jeder bei ihre zeit verschwendet hat verschwendet kann man nicht sagen aber die dabei ihre zeit genommen haben um uns was zu helfen es ist so krass leute morgen gibt's los seid dann dabei ich freue mich über jeden einzelnen der dabei ist haut rein bis zum nächsten mal und ciao leute